so hallo herzlich willkommen hier bei blind tech bei checko ich habe hier noch eine kleine ankündigung und zwar fehlen ja noch die reviews der smartwatches die ich derzeit auch noch teste aktuell hier stehen habe ich von links nach rechts die samsung gear s3 frontier die samsung active 2 ich habe die apple watch 5 44 mm ich habe die fossil carlyle und ganz rechts noch die urwei watch 2 ich wollte euch nur auf dem laufenden halten dass ich aktuell noch die uhren alle teste und bei dem ein oder anderen das unboxing gemacht habe und da auf jeden fall auch noch ein review folgt des weiteren habe ich auch noch eine e watch bestellt die demnächst noch kommt also ich habe noch einiges zu tun und ihr könnt euch auf einiges freuen wenn ihr fragen habt stellt mir sie schreibt mir diskutiert wenn ihr irgendwas irgendwelche tricks kennt oder irgendwas was ich zeigen soll oder irgendwie mit mir bestimmte uhrentypen noch auschecken wollt dann sagt mir das wenn möglich besorge ich die diesel kommt jetzt noch und eben die e watch kommt noch und dann hoffe ich euch ganz bald die reviews dazu geben zu können und ich freue mich dass ihr alle zuschaut und dass er mich unterstützt vielen lieben dank fürs zuschauen hier gibt es mehr videos vergesst nicht den kanal zu abonnieren wenn noch nicht geschehen eure jesse